Ja, wunderschönen guten Morgen meine lieben Zuschauer, wir befinden uns jetzt hier direkt vor dem Eingang des Ratzen, wo es viel lag. Und ich würde mal sagen, ich nehme euch einfach mit und dann schauen wir mal, was da so los ist. Kurz, wir sind hier halt dritte Champions League. Das ist gut. Jumel! Schatze dich auf Feierabend! Entschuldigen Sie, Mom, wie bewertigen Sie die aktuelle Situation? Wenn du mich in Ruhe des bestes Pissers jetzt gerade eben. Ist das so? Schatze dich. Wunderschönen guten Tag, ich bin der Aufreisefehler von den Villag News. Die Pässe ist ausgebrochen. Was ist das? Sie wissen, wie das passiert? Hm, ist das ja auch nicht angekommen. Ich glaube, die Toast haben das eingeschwächt. Ja, und dann zur Bäckerei, ne? Ja, nein, echt nicht. Doch, doch, die Bäckerei ist betroffen. Ja, und was machen wir morgen mit Kutschen? Oh Gott. Oh Mann! Oh, 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 Mann! Der Vogel greift nicht so. Wer bist du und was machst du hier? Hallo! Wer bist du und was machst du hier? Wer bist du und was machst du hier überhaupt? Wer bist du und was machst du hier? Hallo! Hallo Markus! Wer bist du und was machst du hier? Guten Morgen! Sag mal ganz kurz, wer bist du und was machst du hier? Wir leben auf dem VILAG unter uns. Das müssen wir behalten, das müssen wir uns bewahren. Also aufs 25. wieder, ne? Das war super! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018